Ja, mein Name ist Thierry Boutier und ich arbeite in eigener Praxis als Heilpraktiker für Psychotherapie. Zum IPE bin ich über das Internet gekommen. Es ging mir darum, Werkzeuge, Tools kennenzulernen, mit denen ich auch mit Kindern arbeiten kann. Also wichtig war vor allem, dass man diese Erfahrung selbst machen kann, sowohl als Coach, als auch als Coach in jeder Position mal gewesen zu sein und damit gearbeitet zu haben. Das fand ich sehr wichtig und ich fand es auch toll, bekannte Tools, bekannte Werkzeuge in einer anderen Art und Weise anzuwenden. Eben auch, damit man mit Kindern arbeiten kann, mit Jugendlichen, damit die auch verstehen, was man da tut. Das ist entscheidend hier. Also in dem Seminar fühle ich mich sehr wohl. Es macht Spaß, morgens hierher zu kommen und man ist einfach schon neugierig auf das, was jetzt als nächstes kommt. Vor allem kann Daniel einfach mitreißen. Es macht einfach Spaß, hier zu sein. Es ist eher unterhaltend im Lernen. Also ich durfte schon einige Seminare besuchen. Ich muss sagen, dass Daniel sich hier sehr abgrenzt. Er ist einfach unterhaltsam. Er kann diese Dinge einfach spielerisch rüberbringen. Es macht einfach Spaß. Man erweckt Neugier und er motiviert zum Tun. MÜZHER 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 Untertitelung des ZDF, 2020